Regen, Regen und nochmals Regen lautet die Devise seit Wochen und am Wochenende setzt das Wetter noch mal einen drauf, denn im Süden und Südosten des Landes droht eine extreme Dauerregenlage. Diese beginnt in etwa ab der Nacht zum Freitag und hält bis Sonntag an und damit herzlich willkommen zum Unwetterclip des Deutschen Wetterdienstes am heutigen Mittwoch. Die Wetterlage gestaltet sich am Wochenende so, dass sich Tiefdruckgebiete tummeln südlich der Alpen und über dem östlichen Mitteleuropa und diese schaffen es sehr feuchte Mittelmeerluft heranzuführen in einem Bogen über Osteuropa nach Deutschland und diese feuchte Luft wird dann gegen die Alpen gepresst und wie ein Schwamm quasi ausgedrückt und dadurch kommt es gebietsweise zu extremen Regenfällen. Diese Regenfälle sind mal in der folgenden Karte exemplarisch dargestellt, welche Gebiete am meisten betroffen sein werden und diese Gebiete erstrecken sich in etwa südlich und südöstlich einer Linie Bodensee, östliches Baden-Württemberg, südliches Thüringen bis hinüber nach Ostsachsen. In diesen Gebieten drohen verbreitet Regenmengen zwischen 50 und 120 Liter in etwa 48 Stunden, teils sind bis 150 Liter pro Quadratmeter in 48 Stunden möglich. Es drohen überregionale Hochwasser. Betont werden muss an dieser Stelle aber, dass es noch Unsicherheiten gibt. Nur mal als Einordnung. Diese Regenmengen entsprechen in etwa dem, was sonst in einem durchschnittlichen Mai fällt und das Ganze soll in 48 Stunden herunterkommen. Das heißt, wie angesprochen, droht Hochwasser. Es droht Aquaplaning. Es ist mit vollgelaufenen Kellern zu rechnen. Es besteht bereits eine Vorabinformation bezüglich dieses zu erwartenden Unwetters. Akutwarnungen erfolgen im Laufe der kommenden Tage. Informieren Sie sich weiterhin unter www.dwd.de sowie in der Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes, auch welche Regionen sich dann genau herauskristallisieren. Und damit verbleibe ich auch heute mit einem herzlichen Ade. Deutscher Wetterdienst. Wetter und Klima aus einer Hand.